Ab Mitte der 1950er Jahre entstanden durch den Umbau von Länderbahnabteilwagen bei der Deutschen Bundesbahn neue Reisezugwagenserien, welche als Umbauwagen bezeichnet werden. Von den Spenderwagen wurden hierbei das Fahrwerk und der Rahmen übernommen, technisch überarbeitet und vereinheitlicht. Um gute Fahreigenschaften in Kurven zu erreichen, war die mittlere der drei Achsen seitlich verschiebbar. Die Wagen wurden in großer Stückzahl gefertigt und waren über viele Jahre hinweg im Nahverkehr auf Haupt- und Nebenbahnen unverzichtbar. Erst Mitte der 1980er Jahre wurden die letzten Exemplare ausgemustert. Viele fanden jedoch Anschlussverwendung als Baufahrzeuge oder bei Museumsbahnen. In diesem Jahr erscheinen von Pico diese bedeutenden Wagen der Deutschen Bundesbahn im Maßstab 1 zu 87. Anders als beim Vorbild wurde für die Pico-Modelle der dreiachsigen Umbauwagen nicht auf vorhandene Teile zurückgegriffen. Bei den Expert-Modellen handelt es sich um komplette Neukonstruktionen, welche das Original bis ins kleinste Detail wiedergeben. Einzeln angesetzte Griffstangen gehören hierbei ebenso zur zeitgemäßen Konstruktion wie bündig abschließende glasklare Fenster und eine detaillierte Inneneinrichtung. Die liebevolle Gestaltung setzt sich auch am Wagen Boden fort, welcher durch freistehende Leitungen, ein filigranes Bremsgestänge sowie Rangiergriffe und Fangeisen aus Metall überzeugt. Abgerundet wird die Konstruktion durch die optional erhältliche Innenbeleuchtung und Schlusslichtbeleuchtung, welche mit wenigen Handgriffen unkompliziert eingebaut werden kann. Beim Vorbild erlaubte es die elektrische Ausstattung der Wagen nur jeweils ein untereinander kurzgekuppeltes Pärchen zu bilden, wobei man hier bei der Wagenauswahl weitestgehend frei war. Lediglich die Kombination von zwei Wagen zweiter Klasse mit Gepäckabteil war nicht möglich. Dementsprechend kommen auch die Pico-Modelle als kurzgekuppelte Pärchen in den Handel. Dank der präzise geführten Kurzkupplungskinematik verfügen die Paare über einen vorbildnahen Abstand zwischen den Wagen. Mit Blick auf das Pico Gesamtsortiment ergeben sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bei der Zusammenstellung vorbildgerechter Modellgarnituren. Mit den Umbauwagen der Deutschen Bundesbahn präsentiert Pico einen wichtigen Nahverkehrswagen der Epoche 3, welcher zum Standardrollmaterial der Epoche 3 und 4 gehört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017